Ich schneide das wieder nach weg, wir sind auf den Server. Willst du deinen Ton auch erschneiden würde? Ähm, wenn ich normal aufnehme, bin rein. Ich bin am aufnehmen, du Mongo. Bist du auf dem Aufnehmen, Alex? Natürlich. Ich hab dich vermischt, Alter. Ich hab dich vermischt, Alter. Ich hab dich vermischt, dich? Geil. Okay. Nein, nein. Verpackung ist gedrückt. Ich bin gut, dass ich tröte, dann ist das gezeichnet. Ja. Für Stifficulti. Drei. Bam. So, geh auf. Jetzt wird's geil. So, bam. Piep. Oh, Ben, da war schon jemand drin. Yeah. Wo ist denn die? Polarbeer getötet. Alter. Nächste Stupe. Ich seh dich gar nicht. Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von dem Hexkalibur-Projekt mit den paar Mongos hier in meinem TS. Sagt mal alle was. Das ist jetzt fies. Hallo, 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 hallo. Oh ja, okay. Join, Leute. Jetzt auf dem Server-Join. Join. Ja, jetzt könnt ihr join. Ja, auch so meine Zuschauer, hallo und herzlich willkommen auf dem eFaG-Minecraft-Channel. Mein Name ist Eva und das ist mittlerweile die dritte Folge von Minecraft Hexkalibur, dem Hexen-Projekt. Genau. Hallo und herzlich willkommen hier von Doppelplay mit den vier Spasten. Ey, 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 ey. Ihr könnt ja alle mal mit dem Tobi reinschauen, der hat noch so einen Schmelder dazu. Warte, ich will Kilian, guck du. Hat noch dazu so einen Schmelder hochgeladene. Ja, es stehen nochmal alle wichtigen Infozen drauf. Genau. Okay, Leute. Ähm, wo ist Malo hin? Ja, das ist der Scheiß-MyCraft-Error, aber er macht einfach weiter. Achso, okay, gut. Ähm, Heiko, lass mal, ähm, irgendwie das Haus verschönern, weil das ist irgendwie ein bisschen beschissen, finde ich. Ähm, wir sind vom Spawn, musst du nach links laufen. Ja, wie? Ich weiß es nicht. Tobi? Ja. Ich hol' bisschen Holz, ne? Ja, okay. Also, du bist Eisfläche, ne? Ja, genau, Eisfläche. Ich kann dir auch exakt die Koordinaten sagen. Alex. Ähm, 450 und 250. Schreibt bitte einfach mal schnell in den Chat. So, okay. 450. 250. Ja, hau rein. Ja, genau. Perfekt, da müsst ihr hin. Okay, cool. Alex, wo bist du? Ey, Malo, guck mal, wir haben hier Gertrud 2.0. Ich hab' mir gedacht, wie geht's mit jedem und... Also, für alle, die jetzt nicht wissen, warum das jetzt hier so chaotisch ist, ein paar von uns haben gestern schon die erste Folge aufgenommen, die aber nicht alle konnten, deswegen nehmen die restlichen, die jetzt noch nicht konnten, heute die erste Folge. Beziehungsweise ich zum Beispiel, da... Warte, wir müssen jetzt zum Alex die Büsse, Renkili. Prö. Neue. So. Warte, wir müssen jetzt zum Alex laufen. Wie wär's wenn jeder, der mit dem aufnehmen will, wo er aufnimmt, ins eigenes Gespräch geht? Nein, nicht bei der ersten Folge. Deswegen haben wir uns auch alle zusammen getroffen. Ja, deswegen ja. Weil jetzt hier nachher ist es total egal, wie wir das machen. Ah, jetzt im Dorf. Sack. Ja, genau, wir sind im Dorf. Ne, ich bin bei den großen Steintower, mein Kiel. Leute, das ist der mit dem Riesen-Obsidienturm. Alter, was ein großes Schneebio. Hab ich ein anderes draufgefunden? Oh, ich bin in die Mine gefallen. Fuck, 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 der ist in der Mine. Was kann passieren? Ich bin vom Spawnhaus. Weißt du, in welche Richtung du gespawnt bist? Dann bin ich einfach nach links gelaufen. Ja, genau. Ja, wir haben vor. Ja, genau, da bin ich auch. Malo, haben wir keine Kohle mehr? Ja, genau, mit dem Riesen-Obsidientown. Ne, ich glaube nicht. Wir hatten, glaube ich, noch nie Kohle. Nein. Ich geh mal ein bisschen Kohle suchen. Kohle voll übergewertet. Warte mal. Ich suche hier was anderes. Kohle ist voll übergewertet. Ja, wir brauchen die zum Backen. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen weiter weg in der Stadt, oder? WTF, der ist schon Redstone. Ja, das ist normal bei Hexe. Das gibt's an der Oberfläche. Ja, du findest auch Diamanten an der Oberfläche. Ja, ich find's auch Diamanten. Oh, nice. Machen wir das schon an dir. Alter, bin ich behindert? Ich komm nicht in die Tür rein. Ich glaube, ich bin behindert. Das ist das Opfer. Ach so, die Tür war zu. Geil. Kann ich die Axt machen? Die Tür war zu. Ja. Geil, nicht schlecht. So, jetzt mach ich mir erstmal Frust ein Schwerer. Alter, das ist so eine wilde Aufnahme mal wieder. Habe ich schon? Ja, irgendwie schon, ne? Ihr schreibt nochmal. Wir stehen doch da drin. Hi. Warum soll ich's nochmal schreiben? Ach, nochmal. Ich mag Bild. Na, wait. Und nicht zu dir. Okay. Wo bist du? Ben. Hier. Hier rein. Das sind die Koordinaten, falls es aufgecheckt ist. Vom Dorf. Und jetzt geh ich. Passt doch mal auf. Ach so, Leute. Wir spielen auf Hard. Nur mal so zur Information. Ich hab das auch hier vor das Video geschnitten. Ich hab alles persönlich auf Hard gestellt. Damit wir richtig schön gefistet werden. Und nicht die Chance besteht, dass man so easy den Tower killen kann. So easy wie die letzten Male. Irgendwie 50.000 Mal gestorben. Ach, Joby. Ja. Hier erstmal Brote machen. Erstmal Brote machen. Okay. Erstmal Brote. Du stirbst hier, ne? Da hinten ist ja auch noch ein. Oh, wie cool. Wir haben ja elendig viele Felder, Leute. Alex, bist du minus 50 oder 40? Nicht minus, plus. Alter, dass es hier alles in der Oberfläche gibt. Alles. Ja. Das ist über überwertet. Komm. Dann müssen wir weit laufen. Okay. Bleib mit meinen alten Schwerden machen, Max. Okay, warte. Ich mach mal kurz in den Ofen. Ey, Tobi, schau. Hier gibt's Merch. Warte, warte. 405 und 200. Was hast du gesagt, Manu? Nee, anderer, Tobi. Ich mach kurz irgendwo in den Ofen. Ich mach kurz in den Ofen. Weiß, ich kann mal uns ruhig ziehen, Tobi. Lass mal, ähm, Rolle holen. Warte, lass mal 405 ziehen. Ich denke ich. Ja, aber lass mal Rolle, weil vielleicht gleich gibt es da keinen Schwerf. Alter, wer ist das mit diesem merkwürdigen... Slow. Hi, Tobi. Alter, Simon hat das beste Mikrofon der Welt. So, wo bist du denn? Wo seid ihr, Leute? Ich will euch ab, so. Ja, ich kann nicht. Weil, Indien. Ich kann nicht. 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 Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Ey, mach nicht. Ich mach mir so einen Iron-Gian-Tort oder wie das so. Geil, es geht. Willst du mitkommen? Okay, wie geht das? Ja. Ähm, sieben brauchst du pro Schwert. Komm mit hier. Nein. Es gibt halt mehrere so Eisenschwerter und ich finde die... Nein! Nein! Keine Ahnung, ein Sort ist richtig... Ey, hast du noch zwei Eisen für mich da? Ich kann ja leider nur eins gehen. Ich bin auf dem Feld. Ich mach grad so ein bisschen Bauplantage. Oder du machst halt mehr Reisen drin? Ne. So, ich komm jetzt langsam zur Stadt. Ähm, gib mir eins. Damit hier alles so richtig schön ist und wir auch mal überleben, meine lieben Freunde. Weil so wie es im Moment ist, können wir nämlich nicht überleben. Weil wir brauchen nämlich das Essen der Natur und so weiter und so fort. Ja, natürlich. Ist der noch ein bisschen Leck? Nö. 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 Der leckt einfach nur. Der leckt nicht. Ach, bei mir ist alles hier Leck 2 vom Server. Ili, komm. Bei mir auch. Wer ist das eigentlich immer? Ich bin noch lang nicht da. Das bin ich. Ah, okay. Nicht schlecht. Loll. Da ist ein Armadelo. Nicht angreifen. Doch, greif die an. Nein, das ist ein Armadelo. Ich kenn die. Greif die an, die sind nicht böse. Alter, wir setzen mal dein Eck, ey. Ja, der Eck hat wirklich. Komm, hier ist unser Dorf. Hier kannst du dir suchen. Alter, Tobi, was hab? Der Dorf ist safe. Hier ist ein Premium Server angeschafft. Beste Flammer. Hallo, 3 GB. Wie ist die Kiel, da wär Eisen? 3 GB RAM auf 12 Slots. Ja. Wird ihr Ecke und dann sind Zombies. Nein, ich hab ihn angegriffen. Ah, doch, bitte. Wie fehlen noch Töten? Wie fehlen noch Töten? Mh, klar, natürlich. Du musst sie immer schön in die Ecke zwängen. Warte, EI. Warte, bleib mal hier. Jetzt bin ich bei uns direkt vor der Tür. Warte, lass mal hier bleiben kurz. Warte, lass mal hier bleiben kurz. Gibt einmal einen, ich gehe weiter. Ja. Nee, wir können nach einem Tag auch noch weitergehen. Das ist zu gefährlich. Genau, einfach hier Menschen aus. Guck einfach mal was da. Postbrock Cooperation, Waffenhaus, Waffen und Zombies töten. Die sind nicht hier. Oh Gott, Kilian, dann musst du selber klarkommen. Okay. Die nehmen momentlich mit auf. Ja. Wenn ich hier, dann mach ich das einfach mal. Ich mach das Iron Giant Sword. So. Mach das auch. Alter, ich bin jetzt gleich bei Null. So, ich geh mal ein paar Dias suchen. Weil, meine lieben Freunde, hier findet man alles wunderschön an der Oberfläche. Ich muss mir gerade über so einen Berg kämpfen. Tobi, seid ihr auch über diesen Red, über diesen großen roten Berg gegangen? Ich hab's. Ähm. Mach's mir jetzt auch, warte. Nein. Alter, ich hab, ich, weil wir Lacken. Koordinaten, hier. Ach so, du Mongo. Malo, was meinst du mit 450? Wir haben minus 450 und 250. Ohne Witz, weil ihr regt mich sowas von auf. Was könnt ihr eigentlich? Und ich hab grad Standlacks. Ich hab null FPS. Hast du wirklich minus 450? Er ist ja mal geil. Null FPS. Nein, ich nicht. Aber es ist das richtige. Minus 450 und 250. Rettet mich mal. Ich hab's nicht grad, also ich beschützten mag. Ja, du hast mich hier nicht gefragt. Ich hab allgemein Zeit. Warte. Nein, 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 nein. Ich glaub, Malo möchte erstmal getötet werden. Alter, zwei FPS. Gar wieder Koordinaten. Du wärst doch. Hallo, ich hab nichts gesagt. Nee, nee. Nein, doch nicht. Oh Gott, komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Doch, doch, Malo, du hast gesagt 450 und 250. Gar nicht. Alter, ich würd' ich töten. Gar nicht. Ich hab Redstone gefunden, Alter. Ja, aber nur mit einer Angst. Ich reconnecte mal. Achso, ja, Inventory Tweaks, ja klar. Ich sterb grad sowieso. Äh, oh, was das portiert hast du standardmäßig? Hm? Alex? Was ist das Inventory Tweaks? Bin jetzt bei den Großen? Das ist das dann, äh, äh, ähm, weißt du, wenn ich Spitzhacke oder sowas nachswitcht? Ja, keine Ahnung. Und auch allgemein alles. Das ist richtig cool gemacht. Alter, du hast meine Minecraft nicht abgekackt. Das kann ab kurzem mal passieren. Oh mein Gott. Oh, Creeper, Junge! Okay, wie der abgeht. Geil Spaß, Alter. Na toll, mit dem Eintracht. Wir tun ja wenig. Also ich will ja nix sagen, aber wenn wir ne Todesregel hätten, wären wir, wärt ihr alle richtig im Arsch. , also die Kopf der da nur drauf, die drauf kommen, ne? Das ist mal kurz, ähm, Aria. Inseln, aha. Wir mussten jetzt noch keine Daten. Die Aula City ist okay. Und wenn wir alle aufnehmen, wir alles witzig sind. Loll! Loll! Nichtmeister. Alter! Alter, ihr macht das richtig, was macht das nicht? Na du, du ist der Creeper. Ha cool, ich hab das gefunden. Haaa, was? Ja, in der Wüste. Ich hab doch auch am Anfang gesagt, dass das ne Wüste ist. Ist grad der Typ da, der mich töten will. Oh ja, ich hab Aluminium gefunden. Aluminium. Aluminium, ich mag Aluminium. Das leuchtet bestimmt im Dunkeln. Alter du Mongo. Ich bin ja tot, ich bin aber schon lange. Sagst du mich? Das ist mein Haus. Haben wir schon Strings? Ne, haben wir noch nicht. Haben wir? Ich mach mir jetzt auch nen Bogen. Bin ich froh, dass ich Dynamic Lights hab? Das ist einfach viel cooler. Du musst mir nachher mal schicken. Dynamic Lights ist, dass wenn du ne Fackel in der Hand hast, siehst du alles um dich herum beleuchtet. Wirklich? Ja. Ist halt aufwendiger, aber ist halt echt cool. Ich bin doch unter die falschen Koordinaten gesagt. Ich bin bei 140 Alex. 140 und 70. Okay. Du musst im Minus gehen. Minus 450 und 250. Du hast doch vorhin Schluss gesagt. Loki, hörst du mir irgendwie zu oder so? Die Mobbys haben die's vertauscht. Bist du behindert Alex? Das ist nicht wieder Spaß. Alex ist behindert. Sag doch mal die Koordinaten hier. Ich kann mich töten lassen von Zombie. Mein Gott Alex. Was gibt's denn hier? Ich hab hier dumme blöde Pilze gefunden. Alex? Weißt du was hier steht? Alter, scheiss Spinnen ey. Und ich bin tot. Warum ist denn der denn die ganzen Minen nix? Warte Max, ich bring dir, warte Max, 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 Max. Stern stoppe, Stern stoppe, Stern stoppe. Stern stoppe, Stern stoppe, Stern stoppe. Meine, meine, meine. Hab sie gewonnen? Warte, ich bring dir da. Ja, das war schon mein Gescheid. Wie einfach alle kämpfen. Wo ist die? Ja, die 10 Meter nehmen ja eigentlich schon an. Ich hab einen Biber gefunden. Okay, wo willst du Armin machen? Egal, was der Biber für ein Geräusch macht. Geil. Schaut doch in den Chat. Hier gibt's noch mehr Biber. Du hast doch die scheiß Falsche voll in den Namen reingeschrieben, Spacko. Alter, ich weiß nicht, dass du das Problem hast. So, ähm, oben hast du was zu essen. Ich hab auch was zu essen. Luki kriegt einfach nichts mit, das ist unglaublich. Wir reden hier die ganze Zeit Luki. Äh. Hat jemand von euch was zu essen? Nö. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme mal wieder ins Dorf zurück. Ich bin jetzt bei minus 300. Ich kümmer, Creeper. Obwohl, das ist gar nicht unser Dorf. Alter, ich hab das Dorf vertauscht. Alex, wo bist du? Ich hab, ziehst du doch. Zuhause, meine lieben Freunde. So, da geht's nach Hause. Bam. Wir müssen zu zweit reingehen. Ja, wir müssen zu zweit reingehen. Ich rette dich, ich rette dich. Nächste Sternschnuppe. Da ist sie. Was ist die, Alter? Was ist diese Sternschnuppe, ey? Sie ist hinter den Bären runter. Ja, ich hab sie gesehen. Alter, was ist das für eine Pflanze? Die geht hoch, bam. Ich hab sie nur gehört, aber ich hab sie nicht gesehen. Ich weiß, wo sie ist. Ich weiß. Ich nicht. Auf jeden Fall werden die vereinigt sind. Wir können in unserem Männerhaus dann so ein... Schon wieder? Alter! Wie viele Stützen ihr habt noch, Alter? Ach, das ist meine. Die hab ich. Das ist ja schließlich nachts. Mein Gott, bei mir lecktes Scheiß hier. Oh, Ben, da war also niemand drin. Yeah. Ja. Wo ist denn die? Polarbeer getötet. Alter! Ich seh die gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm... Ein Kokoboot ist gefährlich. Nein. Die kannst du reiten. Die kannst du reiten? Ja. Wo kann ich mir nochmal meine Helligkeit loslegen? Nein. Aber warum kommen denn so viele Sternschnuppen, Alter? Das waren wirklich extrem viele. Ja, irgendwie so. Ich hab noch ein halbes Leben, Alter. Und ich bin fast tot. Wo bist du? Ich glaube, ich hätte irgendwie... Oh, Skelette. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich wurde... Okay. Da wurde gerade einer gefisst. Wo bist du gespawnt? Oh. Alter. Alter, man hört nur diese Creeper. Bam! Nice! Unser Haus wurde in die Luft gejagt, ne? Ja. Alter, man hört echt nur... Okay. Ist das so ein Rotz? Ben, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich hab eine Sache angesammelt. Malo. Ey, jemand hat jemand für euch was zu helfen. Ich dachte, das darf ich nicht steigen. Okay, genau. M-R-Creeper. M-R-Creeper. Ey, du, da hast du Schutter. Ne, ich hab selber nichts. Häh. Häh. Ab auf die Pechen. Ich hab dich. Achso, Malo. Ist das... Hast du das Haus wieder gesaved? Malo. Mach ich jetzt gleich. Also, was hattest du denn? Du hattest Sternschnuppe. Rüstung. Dein Schwert. Rüstung. Habe ich mal was zu fressen? Oben. Pfeile hatte ich. Das hattest du. Pfeile hab ich nicht. Pfeile hatte ich voll viele. Das geht aber. 16 Stück. Ne, 16. Hier, ja. Warte. So. Tobi. Ja, das war's eigentlich. Bei diesem einem Dorf. Bei Elka in diesem einem Dorf hab ich, ähm... Da ist irgendwo... Okay. Hast du noch mehr Schilder? Nein, unsere... Nein! Alec! Nein! Unsere Beschriftung ist weg. Alex bin jetzt bei minus 450. Und bei... Gibt noch Heckmann mehr ab. Ich mach das Schilder-Tobi. Gute Idee. Achso, okay. Dann gib die mir am besten. Schau auf der Mini-Mail. Dann mach ich wieder die schwitzige Männer-WG. Geben mal den Dorf von Alex. Alter, wir sag... Danke. Eins gib mir mal wieder. Eins gib mir. Nee, da kein Dorf. Ich hab die alle gegeben. Danke. Vielen Dank. Okay. Ja, danke. Komm, nimm's ein. Komm. Ah, hat doch geklappt. So, okay. Die Dorfbewohner sind... Ach! Horst 5000. Wer schreit denn da so immer mit ner bewittelt, alter? Keine Ahnung. Ich mach noch mal kurz den Karten. Deine Mutter vielleicht. Ja, ich fahrhunger gleich. Nimm auch. Ne, nein. Ich fahrhunger. Oh. Oh. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier ist unser Haus. Servus. Das ist die... Männer-WG. So. Ich fahrhunger. Schwitzige Männer. Also, ich bin bei minus 450. Ja, und dann, äh... 200. 263. Wir sind bei minus 4. Äh, mit ner Axt. Mit ner Axt. Wenn du mit ner Axt unten dran haust. Nicht minus bei 200. Schau doch in den Chat rein. Da hab Lust, oder? Ja, die haben Krümmung, ja. Ja, deswegen... Ich weiß nicht, wo das ist. Ich hab null Ahnung. Drück T, dann siehst du den Chat, Alter. Ich weiß, aber ich hab null Ahnung, wie ich da hin kommen soll. Drück M, und dann machst du mit Maus gleich mal, wo das dann ist. Warum? Lass sie doch da drin. Ich hab meine Axt rein getan. Ja, Problem war, ich hab grad aus Hycos Private Chest nichts mehr ausgedammelt. Achso. Hey, cooltriver. Achso. Okay, das waren 6. Also, alter, die Zeit, die geht einfach so schnell vorbei. Oh ja, irgendwie schon, ne? Hey, 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 whips. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Ey, wie gebe ich Hacks mit mehr ran? Äh, am Einfach, am Andrer. Ganz am Eingang. Und dann steht er frei und der eine ist 237, alles, das war nicht dran. Wenn du M drückst, hast du die Karte nicht zu groß, ne? Welcher? Ja genau, und da steht einmal minus 450. Welcher? Und dann musst du dann so ein Rechtsklick machen. Welcher? Und dann musst du erstmal den Namen eingeben. Mach einfach mal einen Rechtsklick auf die Karte. Ich glaube nicht du, Tobi. Ich glaube nicht du. Ich glaube auch nicht. Also, das ist immer noch ein Bett für Jonas. Dann Marker-Crew machst du einfach Crew. Und dann mein Marker X machst du minus 450. Alter, schon wieder eine zweite Karte. Ja. Und dann bei Marker X machst du 250. Perfekt, ja. Und dann, wenn du Escape-Roll siehst du da auf dem Miniatur-Rollpunkt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tor. Jo. So wie ich die kommt noch schon, sie haben noch ein großes Leisen haben wir. Das kann man eigentlich gar nix, glaube ich. Komm, du kommst, 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 du kommst. Oder? Oder? Nee, wir haben nix. Scheiße. Oh, scheiße. Anderer Tobi. Welcher Tobi? Ja. Ich komm keine Leitern hoch. Ich hab den Bug mit Optifine. Okay. Was soll ich jetzt machen? Ähm, du musst bestimmt das Optifine installieren. Ich kann mal gleich nach der Aufnahme Optifine, äh, DU5, keine Ahnung, h, ne, H, D, H, D, 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 D. Ich hab keine Ahnung. Ich kann jetzt killipotten oder so. Nein. Du musst ein... Was soll ich denn machen, wenn's ein Bug ist? Dann musst du dich an der Seite hochbauen. Achso, mit den Glöcken, die ich hab. Ja, genau. Dann gehst du dir Erde abbauen mit der Hand und hast du Glöcken. Achso, wenn ich gefangen bin mit dem Leiter noch. Ja. Ja. Komm mit. Du kannst ja auch die Leitern abbauen. Ben? Ja, bin ich. Ja? Also. Ich komm wieder zum Spawn. Deswegen. Ähm, ich bin eben ein bisschen Spawn weggelaufen. Lauf mal zum ersten Turm, dann muss ich gleich wieder nicht. Der Devito ist da. Guck es. Ich bin bei der Turm, zwei Dings. Okay. Ja, aber das geht ja nicht. Bringt ja nichts. Ja, was ist jetzt mit Devito? Eigentlich wären wir jetzt mit der ersten Folge vorbei, ne? Ja, können wir machen. Ja, warte, ich komm noch schnell zurück. Ja, irgendwie schon. Ich würde einfach sagen, ach, keine Ahnung. Hier kann man eigentlich gut die Folge wenden. Ja. Okay, meine lieben Freunde. Das war's auf jeden Fall für die erste Folge. Bei den anderen. Bei mir ist es jetzt schon die dritte. Deswegen würde ich sagen, haut rein, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst, wie es funktioniert. Wenn ihr es noch nicht kennt. Ihr wisst wahrscheinlich auch, wie es funktioniert. Und bis dahin, haut rein. Tschö mit Ö. Tschö. Was? Und bis dann. Tschö. Ciao.